Es ist New Yorker, und Wokey, Wokey! Ich kann ganz viele Mitglieder aus der Gruppe einen tollen lieben Gruß bestellen. Ihr macht unglaubliche Arbeit und die Leute, die gieren auf jede Sendung so schnell wie möglich und Bildbruch zu bekommen und sie meckern über die lange Sommerpause. Wir nicht. Wir nicht. Zum Aufladen muss es nur Momente und Räume geben. Heute ist uns aufgefallen, dass die Sendung ja eigentlich komplett ohne großen Fehler war. Also ich hab das ja gegenseitig gemacht. Ich fand die Sendung aber, ich fand gestern die Generalprobe, die fand ich aber gerade weil die manche nicht so gleich lief, fand ich so super, dass ich so spontan gesagt habe, diesen letzten Teil, den müsste man als Outtake hinten dran hängen, damit die auch mal mitkriegen alle, dass das auch nur Menschen sind, die sich da richtig viel Mühe geben, um das hinzubekommen, damit das wirklich richtig gut rüberkommt. Und ich fand das so super, wie das zweite Klingelzeichen anbeordert wurde von Max. Das fand ich so super. Das müssten sie eigentlich hinten dran sein eigentlich an die Sendung. Die Sendung aber nicht, vielleicht können wir es irgendwo hinstellen, oder? Vielleicht können wir es auf die Seite stellen, oder? Ja, die Mediathek oder so. Die Mediathek oder so. Die Mediathek, ich weiß nicht. Das ist auch schon unter dem Überschritt, wir sind auch Menschen. Ja, ja. Ja, weil viele kriegen das, ihr seid so perfekt in der Sendung. Viele kriegen auch gar nicht mit ihr Arbeit. Wir möchten ja auch, dass da auch Menschen nennen. Aber ich glaube, das ist ja ein bisschen die Kunst, oder? Also total. Dass man so eine Art Arbeit verschwinden lässt. Das muss ja auch Mühe werden. Ja, das muss mühelos werden. Perfekt sind wir auch nicht. Aber dann werden wir Erwartungshaltungen geben. Ja, die muss man dann auch wieder enttäuschen. Die muss man immer wieder enttäuschen. Machen wir regelmäßig. Wir haben uns auch fest vorgenommen, dass wir... Jede Sendung ist immer auch eine Enttäuschung der... Ja, wir haben uns halt noch nicht. Also, die Krone war ja spontan. Ich, 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 die erste Frage stellen. Seid ihr immer noch ein Klacks? Ja. Oder können... Wir sind definitiv, wir werden immer mehr Klacks und Maus. Ja. Wir müssen auch Dietrich dazunehmen. Inzwischen sind wir ein Kladimaus. Hast du ein Kladimaus? Machst die klar. Ja. Wenn wir... Die Klacks. Ja. Schmelzen. Die mag Klacks. Ja, wir werden immer mehr... Wir haben so ein Synchrondenken. Wenn wir uns dann nachts fünf E-Mails schreiben, denkt man sich, das hätte ich auch schreiben können, weil man selben Text gefunden hat oder dieselbe. Selbe Pointe noch. Also, das ist so ein bisschen... Der Biorhythmus gleicht sich auch schon an. Ja. Die selben Züchlein dazwischen. Die selben Züchlein und zur selben Zeit Kopfschmerzen. Ja. Wir Kinderinnen auch schon mal. Ja. Krank, ja. Ja. Okay. Wir hatten einige Fragen, aber die sind jetzt praktisch durch Dietrich schon beantwortet. In dem Interview. Die lassen wir einfach weg. Ja. Ich hab's schon vorhin vorher mal probiert. Ich würde gerne eine Frage... Die hab ich mir so mit Anne zusammen so auf dieser satilischen Ebene ausgedacht. Die hat eigentlich einen lustigen Hintergrund. Ich würde ja nicht mehr so gerne so eine ernste Form stellen, weil ich zum Werker das mache. Also, da kam mir so die Idee, weil ich liebe diese Stelle. Wenn du jetzt als Merkel antworten solltest nach meiner Frage, dann würde ich jetzt sagen, Sie sind ja verantwortlich, wofür Sie die Verantwortung tragen. Meinten Sie damit die Aussage, wir schaffen das? Ähm... Das hab ich jetzt. Das hört gar nicht so genau aus. Natürlich, wenn ich jetzt nur mehr als Merkel würde ich nicht antworten, sondern würde ich irgendwie außenrum gehen. Wir haben es mit der Verantwortung, glaube ich, mal in der NSA-Sendung gehabt. Dazu kommt es noch, dass ich die Verantwortung übernehme für Dinge, für die ich die Verantwortung trage. Okay, daher kommt es. Das war aber die NSA-Sendung. Mein Gott, als Kanzler trägst du die Verantwortung für viele Dinge. Du wirst verantwortlich gemacht. Ich frage, ob man immer dieselbe eine Person verantwortlich machen muss, oder ob man dahinter Strukturen oder Systeme kenntlich macht. Das ist vielleicht bei uns ein bisschen... Wir versuchen das so. Wir spielen zwar ab und zu mal eine Merkel. Das ist, weil es passiert. Ich weiß nicht warum. Weil du es gerne machst. Das macht tatsächlich Spaß. Man nähert sich so einem Objekt an und empfindet Sympathie. Das muss man aber auch mal sehen. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Das macht es schwierig. Siehst du auch fast perfekt. Ja, das ist auch in der Außenwahlstellung relativ perfekt, wenn sie nicht von Blockflöten spielen für Weihnachtslieder und so. Dann macht sie sich einmal angreifbar. Und die zweite Frage in Richtung Lustigkeit wäre an Max. Hat mir auch super gefallen. Das göttliche Gericht hat sie ja nun nicht den Himmel aufgenommen. Würden sie den Himmel überhaupt noch als sicheres Aufnahmeland deklarieren? Also Horst, du hast gesagt, das ist die Vorstufe zum Paradies des Bayern. Und das ist das Fekelfeuer. Ja, genau. Das ist das Tantimus. Wir haben gestern 500 Jahre der Wörter. Du weißt schon, mit dem Hammer. Das Istum bleibt, Refugium des Katholismes. Und sowas wie du kommt da gar nicht rein. Das werden wir auch sehen zum Schluss. Schauen wir mal. Wenn du kommst darauf zu scheitern, gehe ich um das hin. So, jetzt gibt es keinen Inhalt mehr von uns um die Uhrzeit. Nein, nein, nein. Ganz ehrlich. Als Kabarettisten seid ihr ja sozusagen Gutachter für den Ist-Zustand unserer Gesellschaft. Ihr müsst euch aber jetzt nicht unbedingt hauptsächlich darum kümmern, die Schäden zu reparieren. Wie würdet ihr denn so die Probleme lösen, die unsere Gesellschaft jetzt hat, wenn ihr die Schäden reparieren müsstet? Ich würde das doch gerne mal an Dietrich Kraus weitergeben. Die haben relativ wenig gesagt. Die Frage nach Lösung ist immer ein bisschen gemeint. Also wir leben erstens von den Fehlern. Das macht uns zu... Wie sagt man? Schmauzer. Schmauzer. Wenn wir uns das buchen und sie uns anschauen. Und dann Leute, die hoffentlich intelligenter sind. Bei mir ist es so. Sie hinstellen und sagen, guck mal, da ist ein Problem. Das wäre so die Arbeitsteilung. Die Arbeitsteilung. Zu sagen, hier guck mal da hin. Weil ich sehe mich nicht als jemand, der jetzt eine Lösung hat. Sondern dann müsste ich mir Mehrheiten beschaffen. Dann müsste ich mich wählen lassen. Dann müsste ich andere Dinge tun, als das, was ich da verletzt habe. Dafür fehlt einfach die Zeit, nicht wahr? Nee, nicht die Zeit. Auch das ist ein anderer Beruf. Also ich sage mal, Politiker muss man können. Weil das ist... Mehrheiten zu beschaffen... Nein, nein, nein. Ich kann jemanden nachmachen. Und das ist aber ganz anderes. Das ist ja jemanden, der Mehrheiten schaffen für Ideen, der Dinge überzeugen muss. Der weiß, wie man macht. Erstmal per se. Nicht negativ gemeint. Macht ansammelt, um sie dann einzusetzen. Das Geschäft verstehe ich nicht. Also... Jetzt habe ich sehr viel gesagt. Ich schon, aber ich verdiene Geld. Deswegen... Beantworten. Beantworten, die einen sofort aus dem August der Sympathie schießen. Nein. Wir machen das beide bewusst. Ich glaube, dass wir auch mit der... Es ist so eine Frage der veranlagenden Formulierung. Ich glaube, dass du nur mit einer ganz bestimmten Art und Weise dahin kommen würdest, wo du überhaupt mal einen Schalter umlegen kannst, damit was passiert oder Ideen was. Und das haben wir in den letzten 20, 30 Jahren, glaube ich, schon deutlich gesehen, dass es eine gewisse Stromlinienförmigkeit braucht, um überhaupt an einen ganz bestimmten Punkt zu kommen. Das würde mir nicht durchstehen, oder? Ich hätte nicht die Geduld, glaube ich. Ich wäre auch schlichtweg nicht widerstandsfähig genug, um jeden Samstag in irgendeiner Fußgängerzone mir für die Fehler von Sigmar Gabriel aber dermaßen um die Ohren hauen lassen zu müssen. Das ist der tapfer Hut ab. Hut ab vor den Leuten, vor den Bodengruppen, die da auf den unteren Ebenen... Wir trennen das ja auch immer ganz bewusst. Es gibt Bundespolitik. Es gibt Bundespolitik, es gibt Landespolitik. Ich behaupte sogar, dass das auch ganz klar ist. Aber Landespolitik bei CSU, hervorragende Bürgermeister gibt, die einen großartigen Job machen, weil sie einfach Probleme lösen. Da spielt der Parteizugehörigkeit gar nicht so eine vorrangige Rolle. Die sehen Mass und dann machen sie und tun. Und die müssen sich dann immer von uns eigentlich verhaften lassen, ein bisschen für das, was die Vorstandsetage verbricht und behauptet. Was Bayern macht, wie viel Geld es ausgibt für geflüchtete Menschen ist ja schon, es steht komplett konträr zu den Äußerungen auf einer anderen Ebene von Sigmar Gabriel. Das heißt, du bist manchmal als Gehäutist, der mal die CSU hat gesagt, sagt, da bist du schnell dabei zu sagen, hm. Du triffst aber noch andere Leute. Das ist sehr, sehr viel einfacher als Paparettist. Da kannst du einfach was rauspicken und du musst einfach nicht diese tägliche Arbeit, diese Überzeugungsarbeit, du musst ja nur so ein Publikum von 200 Leuten überzeugen, aber Politiker, um gewählt zu werden, einfach sehr, sehr viel mehr Leute überzeugen. Und das ist natürlich auch ein Ausdruck von bestimmten Bewusstseinslagen. Dass man das immer nur drauf projiziert auf die bösen Politiker, nur die sind eigentlich schon der Ausdruck der Gesellschaft, wie sie ist. Und deswegen ist Paparett natürlich auch kein Ersatz für Politik, sondern das kann jetzt nicht so ein Anfang sein. Und ein bisschen werden wir da manchmal in eine Rolle reingedrängt, die einfach völlig überzogen ist. Die Aufgabe der Politik, das Paparett zu ersetzen. Ja, das ist die Hauptaufgabe. Also heute habt ihr ja auch sehr differenziert. Im Umgang mit Russland war ja auch nicht nur die, war ja nicht nur eine positive Deklaration für Russland. Ihr habt jetzt so, ihr habt im Grunde genommen diese Gegensätzlichkeiten genau bildhaft total gut dargestellt. Und weil auch diese Fans, die ihr habt, die sind ja auch immer so ein bisschen der Meinung, ja, die stehen natürlich voll gegen den ganzen Westen. So kommt es manchmal. Und Russland wird ja eigentlich gar nicht erwähnt. Aber Leute, das geht ja nicht so. Da müssen wir genau zuhören. Da sind immer Untertöne dabei, die die anderen Nationen offen mit einbeziehen. Und wenn ihr die Star Wars Sachen da gemacht habt, da war das nicht nur positiv für Russland. Aber natürlich hat man ja so seinen inhaltlichen Kernpunkt. Aber der kommt aber eher daher, dass man halt im Westen lebt und in Deutschland. Deswegen kritisiert man natürlich. Und man kritisiert halt die eigenen Leute, auf die man überhaupt irgendeinen Einfluss hat. Und weniger jetzt die, sagen wir mal, die Staaten aus. Wir haben auch so angefangen heute, dass wir mit Deutschlands Beteiligung an einem Krieg, weil wir bei vielen Leuten uns umgehört haben und da war überhaupt nicht im Bewusstsein, dass wir bis zu 1.000 Soldaten einsetzen haben. Das wissen die. Und da sagt man, da muss man nochmal bei sich selbst anfangen. Und dann schmeckt man natürlich mit Tschüss um diese Superpower ein, die auch was zu sagen hat in den letzten Jahren. Und dann schafft man sich noch das Neue. Schaut man sich das an, was macht Russland da. Und dann muss man ja als Pazifist auch mal sagen, jeder Tod ist einer zu viel. Ich glaube, das ist so eine Kontakte, die man kann auch machen. Ja, es gibt halt so eine schlimme Freund-Feind-Diskussion, die also wirklich dann invers quasi bei den kritischen Leuten auch ist. Jeder Feind meines Feindes ist mein Freund. Und dann wird jeder Assad und jeder Putin wird dann zu deinem Freund. Nur weil der gegen deinen vermeintlichen Feind und sowas. Das wird halt immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Da muss man eigentlich immer mehr dagegen halten, indem man sich dem verweigert. In welchem Lage gehörst du? Es gibt so Gretchenfragen. Du gehst das mit Putin und dann wirst du eingenordnet. Das war's gut. Tschüss Thomas, danke dir. Die Leute sind auch nicht bereit, das dann auszuhalten. Nicht mal eine andere Meinung dann sich anzuhören, sondern sagen dann immer gleich, jetzt sind sie gekauft, jetzt sagen sie auch noch das, was die anderen sagen. Also sie sind überhaupt nicht mehr bereit, sich andere Argumente auch mal anzuhören, sondern vermuten dann immer gleich ein, jetzt findet die Unterwerbung statt. Und das ist schon auch ein Zeichen von Schwäche irgendwie, dass man auch nach der Position gar nicht mehr aushält. Stimmt, ganz genau. Das erleben wir auch im Internet ganz viel, auch wenn es um eure Inhalte geht. Und da fragt mich auch immer, nehmen die die Sache eigentlich so wahr, wie sie rüber herbekommen wird? Es gibt nicht nur diese eine Seite, die immer grundsätzlich schlecht ist. Es gibt auch von USA-Seiten Sachen, die gar nicht mal so schlecht sind. Aber es gibt auch in Russland Sachen, die einfach eine Katastrophe sind. Und das muss man einfach auch dann so akzeptieren. Man kann nicht immer sich diese Position einnehmen. So, das ist meine Position und du bist mein Gegner. Und für immer. Wir sind natürlich immer so ein bisschen die Gegen-, sagen wir mal, es gibt irgendeine Art Mainstream und ein Kabarett ist natürlich immer ein bisschen die Gegenöffentlichkeit. Deswegen ist man immer so ein bisschen mehr auf einer Seite quasi strukturell, aber das darf eigentlich nicht. Na gut, das ist ja die Grundposition letztlich sozusagen des Underdogs, aber im Grunde genommen Kritik gegenüber der Regierung. Die Regierung sind die Verbündeten der USA. Also das ist grundsätzlich auch der Haltung, mit der man erzogen worden ist. Aber ich glaube, dass das Problem hauptsächlich auch darin besteht, dass wir nicht mehr differenziert Argumente austauschen, sondern dass im Grunde genommen Signalwörter reichen, um eine bestimmte reflexartige Reaktion zu erreichen bei den Leuten, die sich vielleicht auch brauchen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Vereinfachung des Diskussionsstandes, das befriedigt die Menschen. Es gibt ihnen gewisse Formen von Sicherheit, weil Dinge kompliziert geworden sind. Weil wir leider Gottes auch tatsächlich häufig in Propagandazeiten leben, in denen die eine Seite oder die andere Seite vereinfacht, immer wieder dieselben Gefühle hervorrufen will durch Signalwörter und Bilder. Und das macht es für die Leute echt schwierig, sich zu informieren. Dass wir, was wir, wir haben ja das Privileg, uns gezwungenermaßen für die Sendung durch alles Mögliche zu fräsen, alle möglichen, die Seite zu beachten, die und da zu lesen und dort zu lesen. Und ganz ehrlich, das ist was, wie soll das bitte jemand leisten, der acht Stunden am Tag irgendwo an der Kasse steht, haben sich um die Familie gekümmert und dann nach Hause kommt und wenn der die Nachrichten... Und der soll jetzt seine Meinung haben. Ja, wie soll der bei den Nachrichten erkennen, was da vielleicht nicht stimmen könnte. Und im Internet, wenn auch eine bestimmte andere Seite geht, vielleicht da Zweifel anmelden könnte. Das ist nicht so leicht. Das stimmt dann. Also, gibt es doch wirklich ganz viele Leute bei uns in der Gruppe? Ja. Du, ich bin da eigentlich vollkommen weggefunden. Ja. Nächste Frage. Gibt es einen Wunschkandidaten, den ihr gerne mal in der Sendung haben würdet? Schon alle verheißt? Nee, 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 nee. Wir würden natürlich gerne die alte Crew mal haben, das fällt mir immer großartig. Ja. Die alte Crew würden wir gerne einladen. Die Anfragen laufen immer nur, falls da Fragen sind. Die Anfragen laufen immer, sind auf Dauereinladung gestellt. Ja. Von unserer Seite kein... Das wird vielleicht auch irgendwann nicht. Schauen wir mal. Aber ansonsten gibt es schon immer mal wieder Leute, die... Das ist immer ein bisschen schwierig. Wir wollten jetzt für die Dezember-Sendung Fanny Van Annen einladen. Den wir schätzen, den Liedermacher. Und der kann halt nicht. Würde gerne kommen. Vielleicht klappt es dann nächstes Jahr. Also es gibt schon ein paar, die wir wollen. Und ein paar Überraschungen... Die Liste derer, die nicht kommen wollen, ist, Gott sei Dank, echt klein. Ja. Wenn man anfragt, kriegt man oft so, ja, kenn ich. Ist immer noch überrascht. Wie geht's so? Ja, wir gucken das oder so. Das fand ich. Bei Esther Bejerano, die sagte, ja, ja, sie guckt die Anstalt damals. Das war schon ein schöner Moment. Ja, ja, die gucke ich. Das finde ich schön. Sucht ihr die Gäste so nach dem Thema aus? Nein, können wir da nicht. Ja, leider können wir das nicht. Die sind vorher schon bestellt und dann hast du ein Thema und dann hast du so Glücksmomente wie jetzt, dass du kurz vor der US-Wahl Simone Säuger hast. Und das heißt... Ich hab mir fast gedacht, die Perücke taugt auf. Es ist natürlich so, dass wir natürlich auch ein bisschen auf die Gäste schreiben. Das heißt, wir wissen, wer kommt. Wir haben jetzt natürlich die Planung für... Wir wissen, wer nächstes Jahr im Dezember kommt. Das heißt, dann muss man schauen. Dann fängt man an, das Thema nach der Figur auch ein bisschen zu durchdenken. Und damit das dann hinterher... Weil wir Ensemble... Heute hat man, glaub ich, gesehen... Ich glaub, die stärkste oder größte Ensemble-Arbeit, wie wir bis jetzt hatten. Wir hatten ja immer wieder ein Ensemble. Aber heute war es wirklich fast eigentlich... Heute war eine Traumbesetzung. Also wenn du sagst, das soll kommen. Also die drei... Ja, das können wir mal. Ja. Fand ich auch diese Kombination heute. Fand ich wirklich ganz toll. Aber die Traumbesetzung ist auch immer die Leute, die grad da sind. Weil danach merken wir, wir stehen ja zusammen nach einer Sendung und die wollen dann gar nicht weg. Das ist so ein Moment, wo man sagt, man hat mal was anderes gemacht, als nur selbst raus, Solo. Und wieder, man hat die Kollegen fast gar nicht gesehen. Sondern man sitzt, der Antwerter steht da nach der Sendung und denkt sich, schau mal, dass es vorbei ist. Jetzt auf Tournee geht. Jetzt auf Tournee geht. Ja. Zwei Tage, zweieinhalb Tage so intensiv an der Sendung gearbeitet. Und wir haben lange dran geschrieben, dass man sagt, wie jetzt eigentlich damit mal sechs Wochen, acht Wochen lang, bis es dann auch richtig rund ist. Ja. Das ist ja eigentlich immer nur so eine Premiere. Premiere. Jedes Mal so eine Vorstellung, ein halbes Jahr nach der Premiere. Ja, ja. Eigentlich müsstet ihr wirklich mal auf Tournee machen. Ja, ja. Das kann man jetzt nicht machen. Nieder der außergesinnlichen Kamera. Ja, diese Idee. Ja, es gibt ja alle Möglichkeiten dann noch. Varianten, ja. Also was auch sehr, sehr respektiert wird und gelobt wird von den Mitgliedern in der Gruppe, ist die Tatsache, dass ihr im Grunde genommen nicht so ein Programm habt, womit ihr dann zwei Jahre auf Tournee geht. Das heißt, neben eurem Solo-Programm müsst ihr quasi alle vier Wochen immer diese kleine neue Theaterstück vollkommen neu aufbauen, anhand der aktuellen Sachen, die passieren. Ist ja im CDV schwierig zu verkaufen. Sehr viel. Ja. Tolle Idee. Es ist perfekt gespielt. Es ist rund. Wir haben es leicht aktualisiert. Ja. Bis die Leute merken. Ja. Es ist so eine Frage, die mir jetzt spontan einfällt. Wie ist denn das bei euch? Wie läuft denn das im Kopf ab, wenn ihr jetzt die Texte aus den Solo-Programmen, die habt ihr ja irgendwo abgespeichert und geht dann nicht manchmal auch was durch den Land, wenn er in die Ansteig geht? Also, grundsätzlich willst du nicht wissen, wie es in unserem Kopf ist. Ich glaube auch, bei mir sind so Texte abgelenkt und dafür fällt ganz viel anderes raus. Ja, ja. Ne, es passiert nicht. Also, es gibt tatsächlich verschiedene Kammern, die man zugreifen kann. Also, ich bin jetzt noch nicht in einem alten Text. Wenn man nah an einem Text, den man spricht, schreiben würde, und es gibt so eingefahrene Trampelfade im Gehirn, es gibt so Basswörter auch wieder, wenn die auftauchen, dann ist man plötzlich sein Programm. Ja, aber mir ist jetzt noch nie passiert. Versuchst du auch zu vermeiden, Witze aus meinem Programm. Ja, bei dir ist es, glaube ich, aber weil du ja natürlich auch deine Solo-Programme ein Theaterstück aufbaust und dann sozusagen monothematisch über ein Thema gearbeitet hast. Das heißt, die Schnittmengen ist bei mir so ein bisschen schwieriger. Manchmal, wenn ich ein Solo mache oder so, dann habe ich halt... Ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich es auf der Bühne ein bisschen testen kann, mal so eine halbe Minute, aber ich bin auch einer, der so spätes Solo schreibt, dass ich es damit nicht testen kann. Und das führt ein bisschen manchmal zu Überschneidungen, aber es ist nie eigentlich immer ein Problem, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, da kommt man durcheinander auf keinen Fall. Okay. Kann ich noch eine hässliche Frage stellen? Ja. Eine hässliche, hässliche. Dann muss ich... Wir haben eine vorletzte Frage. Und dann muss die letzte aber ganz besonders... Oh, ja. Ich meine, die Steigerung... Oh, komm, jetzt bauen wir mal Druck auf. Oh, also ihr habt ja schon ziemlich gute Fragen gestellt die ganze Zeit. Ja, ja. Wir haben versucht nachzugoogeln, was ist eigentlich aus dieser Joffe-Geschichte geworden? Ist die eigentlich jetzt endgültig... Ah, ja, ja. Oh, das ist Höfung. Das ist noch gar nicht der Höfung. Wir gehen nach Karlsruhe. Wir gehen nach Karlsruhe. Wir gehen nach Karlsruhe. Entschuldigung. Wir haben die erste Instanz gewonnen, die zweite Instanz hat Joffe gewonnen und jetzt gehen wir vom Bundesgerichtshof. Ja. Großes Kind. Ich hab was für euch. Ja. Das war die letzte Frage? Ja, oh. Nein, war noch nicht die letzte Frage. Es hat immer die letzte Frage gesagt, nein. Direkt aus der Zinngießerei aus Westensee. Ah, 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 ah. Wendrich war wieder jemand. Auf ganz Beinpinkelmüll. Ja. Komm, ihr müsst den Sotan jetzt ja am Scheiß vorbei hinken. Ich stelle euch das auf den Schreibtisch. Ein Arsch mit Ohren. Ja. Nur echt ein Pickel. Schalt meinetwegen quer über die Backen Joffe. Nein, also das... Schmeißt du es gegen die Wand? Wir sehen uns in der Auseinandersetzung immer ganz gelassen entgegen. Ich finde es geht um die Auseinandersetzung in der Sache und nicht um die Auffüllung der anderen Personen. Das könnte ein sehr schöner Kabarettpreis. Also so... Ja, ne, ne, ne. Das fehlt auch mal in der Arsch mit Ohren. Der Arsch mit Ohren nicht mal als Kabarettpreis? Bestimmt, oder? Der Arschers legt eine Arsch mit Ohren an. Ne. Der Arschers legt eine Arsch mit Ohren da ja. Ne, ne. Dankeschön. Wenn ihr mal in eure... Haben wir jetzt noch das Arsch mit Ohren? Ja, von uns vielleicht mal in die Gruppe ein bisschen reinventilieren. Man hat manchmal so den Eindruck, die Leute denken wir sind Wikileaks. Oder wir sind irgendwie eine Gruppe von tausend Rechercheuren, die da irgendwas... Jede Idee, die alle vier Wochen die unglaublichsten Skandale präsentiert, das sind wir nicht. Ja. Wir sind hier die... Und wir dürfen dann schon gar nicht mehr mal den normalen Sketch spielen, sondern dann heißt das gleich, oh, das ist doch auch flach. Und wenn normaler Sketch kommt, dann heißt es, dass wir einfach mal Lust haben drauf und nicht, dass das ZDF uns was verschafft. Das geht dann hier nochmal. Wir kriegen keinerlei Druck. Wir machen, was wir wollen. Wir machen total frei. Das muss man auch sagen. Nochmal, nochmal, nochmal ganz wichtig. Wir kriegen keinerlei Druck vom ZDF. Wir kriegen auf gar keinen Fall Druck vom ZDF. Bitte mit. Nein, das ZDF. Wir kriegen keinen Druck vom ZDF. Nein, wir kriegen keinen Druck vom ZDF. Nein, wir kriegen keinen Druck vom ZDF. Nein, wir kriegen keinen Druck vom ZDF. Und zwei. So, schöner Aufgang. Kinder, wir müssen jetzt mal was, weil wir haben so viel Familie. Wir müssen was kriegen. Super, vielen Dank. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Ich habe noch eine Frage an Max. Tut mir leid. An mich? Ja. Vor zwei Jahren wurdet ihr ja schon mal interviewt für den Fanclub. Und da hattest du leichtsinnigerweise gesagt, es gibt einen Anstalt-Fanclub. Ja. Das wäre der erste Fanclub, in dem ich Mitglied werden würde. Wollen. Das geht doch nicht. Kann man da selbst Mitglied werden? Ja. Wie steht es denn jetzt damit? Was ist noch dabei? Ich lebe ja immer nach dem Motto von Woody Allen. Ich möchte keinen Club anhören, der Mitglieder wie mich aufnimmt. Das ist das goldene Motto von Woody Allen. Wir würden nicht auch aufnehmen. Ja, Moment mal, aber die anderen zwei auch. Also wenn, dann schon alle. Das ist ja... Aber ihr müsst dann auch mal ein Fan in seinem einzelnen Fanclub. Das haben wir dann ein Treffen, dann nochmal ein Schiffhör. Ja, das ist doch schön. Ja, sehr schön. Oh, T-Shirts lassen. Danke schön. Und einmal ins Bild. Sehr schön. Jetzt dürfen wir noch die T-Shirts lassen. Danke schön. Das ist ja wirklich sehr schön. Herzlichen Dank. Das ist ja mal... Lass es doch mal. Mit rote Karte. Mit passenden T-Shirts. Rote Karte. Ich werfe. Ich werfe. Du hast das Megafon. Ganz wichtig nochmal. Dieser Moment, da hatten wir immer versucht. Da kommt zwar Wahrheit raus und die läuft dann aber, wenn man weiter guckt beim Vorspann, in verschiedene Flaschen. Da steht dann mal eins, zwei, drei, vier und die wird an die Land gerufen. Und das ist uns ganz wichtig. Leute haben das vielleicht falsch verstanden, dass ich mit dem Megafon rumlaufe und die Wahrheit sage. Das machen wir nicht. Wir sprechen immer wahrheitsgestützt. Ich bin völlig schockiert und überrascht, dass wir uns über den Vorspann so viele Gedanken gemacht haben. Herr von Wagner hat vollkommen recht. Wie meistens eigentlich. Dankeschön. Auch das in der Sendung auf der Bühnenshow mit den Textsicherheiten von Max Uthoff. Natürlich. Natürlich. Der Herr von Wagner hat da meistens recht. Ich brauche drei Tage, um es auswendig zu lernen. Er schaut einmal drauf und kann es auswendig. Das ist eine Kränkung, eine Intellektualisierung. Die lebe ich auf der Bühne aus. Dann muss es halt mit... Ja, komm. Ja. Zwei Tage mehr Zeit. Zwei Tage. Jetzt bin ich schon so oft aus dem Bild gelaufen. Erstmal Schluss mal. Erstmal vielen Dank fürs Aufnehmen. Komm her. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön fürs Kommen. Danke schön fürs Kommen. Da habe ich jemand dabei. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, wir wissen das ist so einfach auch klar. Dankeschön. Danke schön. Danke schön. Sehr schön. Kommt ihr doch das Verein damit auch? Ja! Nichts was ich lieber das kann ich. Genau. Wir können Sie drüben. Wie weit muss man das auch nicht so ziemlich machen? Ja! Juppa Juppa! Bogey bogey! Juppa Juppa! Bogey bogey! Juppa Juppa! Juppa Juppa! Bogey bogey! Juppa Juppa Juppa! Pokémon ist es mir bald, noch egal, egal, egal.